In diesem Video geht es um die besten PC-Netzteile. Der Qualitätssieger in unserem PC-Netzteil-Test geht an das Corsair RM750. Der hocheffiziente Betrieb sorgt für einen geringen Stromverbrauch, eine geringe Lautstärke und niedrige Temperaturen. Ein 135 mm Lüfter mit Reifellager und eine maßgeschneiderte Lüfterkurve reduzieren die Lautstärke auch bei voller Leistung auf ein Minimum. Kondensatoren industrieller Güte-Klasse sorgen für hervorragende elektrische Leistungsfähigkeit, extrem schnelles Aufwachen aus dem Ruhezustand und höhere Effizienz bei geringen Lasten. Bei kleinen und mittleren Lasten wird der Lüfter vollständig ausgeschaltet und ermöglicht einen nahezu geräuschlosen Betrieb. Modern Standby ist eine neue Funktion für Windows 10, die die Schlaf- und Wegfunktion ihres PCs erheblich verbessert. Die Technologie ermöglicht es Ihrem System, mehr als doppelt so schnell aus dem Ruhezustand aufzuwachen und während des Ruhezustands eine Netzwerkverbindung aufrecht zu erhalten, um weiterhin Updates herunterzuladen und E-Mails und Benachrichtigungen zu erhalten genau wie bei Ihrem Telefon. Das Beste daran ist, dass der Stromverbrauch insgesamt geringer ist. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Enamex Max Pro 2. Der integrierte 12 cm Enamex-Lüfter mit patentierter Twister-Bearing-Technologie sorgt für eine effiziente und kontinuierlich geräuscharme Kühlung. Das SAC-Design hält den Netzteil-Lüfter bei fast unhörbaren 14 Dezibel, bis zu einer Systemlast von 40%, in Bewegung, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten. Kompatibilität Intel ATX-12VV 2.3 entspricht dem Intel Power Supply Design Guide für Desktop-Plattform FormFactors Revision 1.1. Volle Unterstützung der Energiesparfunktionen C6C7 von Intel-Prozessoren, die erstmals mit der Haswell-Generation eingeführt wurden. Das schwarze Flachkabel-Design ermöglicht eine einfache Installation und ein geordnetes Kabelmanagement. Darüber hinaus helfen die Kabel den Luftstrom zu optimieren. Über 87% Effizienz bei 230 VAC zwischen 20 und 100% Last. Max Pro 2 besitzt das internationale Energiesparzertifikat 80 plus 230 VEU. Max Pro 2 hilft durch eine hocheffiziente 5-Volt-Standby-Schiene bei der Einhaltung der EU-Öko-Design-Richtlinie. Erstklassige japanische Haupt-Elektrolyt-Kondensatoren für maximale Stabilität und Haltbarkeit. Safeguard, die Mehrfachschutzschaltung, die das Netzteil das System vor Schäden durch Kurzschluss, Überspannung, Überstrom, Überlastung sowie unvorhergesehene Stromstöße schützt. Der Preis-Leistung-Sieger in dem PC-Netzteil-Test ist das BeQuiet ATX 400. Das BeQuiet System Power 9400 Watt ist die perfekte Wahl für den preisbewussten Bau leistungsstarker und kosteneffektiver Systeme. Zwei starke 12-Volt-Leitungen. Stabile Laufleistung dank der DC-DC-Technologie. Stand bei Verbrauch von weniger als 0,15 Watt 80 plus Bronze-Effizienz von bis zu 89%. Unterstützt alle aktuellen Intel- und AMD-Prozessoren. Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. wird von einem Daumen hoch ver mastery. bis zum negatrium und bis zum Đây